Ich hoffe so sehr, dass wir Snickers-Torte erwischen. Bitte, come to me! Oh, wie war das gemein? Das kann nie sein. Ich habe auch das Ruf. Wir sehen wirklich, das ist ein Rap von Salat. Kannst du ja mal hier öffnen. Oh, nee, das ist... Oh! Ja? Uff, okay, Leute. Ich glaube, die ist doch schön. Das machen wir nicht ins Video, oder? Oh, sorry. Hallo, Freunde! Hallo! Schon, wenn ich bei mir habe. Wir gehen jetzt los. Und zwar gehen wir Frankfurt City erkunden. Und haben uns gedacht, ihr habt es so oft unter die Kommentare geschrieben, seit es mich eigentlich schon gibt, schon mega lange, dass ich mal die Too Good To Go App ausprobieren soll. Und das liegt jetzt hier ein bisschen blöd. Merke ich gerade. So ist besser. Mega, mega Hype drauf, wirklich. Ich hatte so lange schon so Lust darauf. Es hat sich halt nie gelohnt, weil wir halt wirklich im größten Kampf gewohnt haben. Aber jetzt sind wir cool. Von daher, genau, gehen wir dann heute Abend zum ersten Spot. Haben auch schon unser Essen bestellt. Also das ist auf jeden Fall schon sicher. Zwei Portionen für uns. Und genau, nehmen euch dann drei Tage bzw. Abende mit. Ich verrate euch aber noch nicht was. Wir gehen jetzt erstmal spazieren, dann nehmen wir das mit. Und wir sehen uns später. Freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe so sehr, dass wir Snickers-Torte erwischen. Bitte, come to me. Das ist so spannend. Nein, Schatz, Snickers-Torte. Aber irgendwas wird schon dabei sein. Freu mich. Hi, hi. Hallo, Freunde. Zu Hause ist immer wieder. Ich glühe richtig. Ich hatte einen fetten Pulli an. Es war so warm dann gegen Ende. Wir wurden fündig. Ihr habt es ja, glaube ich, gesehen. War hier, jeweils gab es. Wir waren bei... Café Fellows. Café Fellows, wie auch immer. Das ist, glaube ich, auch so ein fancy Schuppenladen wie Starbucks, glaube ich. Nur nochmal eine Etage drunter. Oder ich glaube, Starbucks ist so das fancy, fancy. Aber ich finde Café Fellows eh cooler. Das zeige ich euch gleich. Und dann hatten wir noch bei... Wie hieß das? Mr. Clue? Mr. Clue. Da haben wir auch gerade eben... Leute, wirklich... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich finde das so unfassbar süß, wenn ihr mich anspricht. Das ist jedes Mal so... Ich kann das gar nicht fassen. Ich denke dann immer, wo ist die versteckte Kamera? Das hat mich so gefreut, weil ich bin deswegen noch so rot. Aber das war so süß. Falls du das hier also süß... Ich habe nicht mal nach dem Namen gefragt. Hört mir gerade ein. Ach, süß, ich war so aufgeregt. Falls du das hier siehst, es war so unfassbar süß von dir. Ja, ach nee. So, ich wollte euch noch im Essen erzählen. Jedenfalls waren wir bei Mr. Clue. Du kannst dir mal zeigen, was wir hier haben. Damit ich nicht die ganze Zeit drehe. Ja. Wir haben zwei große Boxen. Die eine ist von Gemüse. Also Karotten, Erbsen... Was ist das? Kannst du mal zeigen? Zucchini, glaube ich. Und das Weiße, was auch immer das Weiße ist. Können das... Kraut? Ja, so Weißkohl oder so. Kohl. Halt die Gemüse... Gemüse-Edition. Genau. Und dann haben wir hier nochmal die Reise-Edition. Halt dieser gelbe Reis mit Petersilie vielleicht. Mais, Karotten und so weiter. Ich denke mal eine Hälfte, Hälfte. Genau, also weil nur Gemüse... Nee, danke. Also Gemüse ist zwar wirklich nice, aber satt machen tut es nicht. Genau, es ist auch beides natürlich vegetarisch. Hatten wir auch Glück, es gab eh nur Veggie-Kram. Also ich glaube, Mr. Clue... Ich finde es auch beide noch nicht fertig. Also als wir ankamen, waren die so, oh, ja, dann machen wir mal die Box für euch. Sind wir mal gespannt, wie das schmeckt. Ich habe eh... Wir hatten schon mal bei Mr. Clue gegessen. Da hatten wir uns irgendwann mal einen Bahnhof geholt. Ja, wir hatten so einen... So einen... Bulgur-Salat oder so, aber es war auch viel Zucker dabei. Ja. Ich habe mir das rausgegeben. Mhm. Das ist super dazu. Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Und wieder eins. Oh, das ist geil. Mhm. Ich habe schon Hunger geprägt. Ich glaube, ich will auch ein bisschen fetern. Das habe ich auch mitgebracht. Nee. Aber darf ich denn fetern? Mhm. Aber richtig lecker. Mhm. Mhm. Wir haben gar nicht gedacht, was es gekostet hat. Hier bei Mr. Clue hat eine Box statt 6 Euro 3 Euro gekostet. Das ist schon günstig. Also... So eine große Box. Ich sehe es wirklich genauso groß wie mein Gesicht. Das ist wirklich groß. Bei Kaffeefellas war es aber noch mehr Rabatt. Mhm. Aber ich hatte 13 Euro. 54 Euro. 50 Euro oder so. Das ist echt krass. Und es sah alles noch so gut aus. Kriegen wir euch ja gleich. Genau. Hammer. Also... Ich kann euch sagen, die Too Good To Goes rein, die werden knallen. Also das ist so unfassbar cool. Und man deugt quasi Verschwendung vor. Wenn das Ding gemacht hat. I love it, wirklich. Wir hätten es nicht besser machen können. Mhm. So, Freunde. Kaffee. Also manchmal Kaffee. Kaffeefellas wird jetzt hier ausgetestet. Haben auch schon... Krab aufgegessen. Yes. Alles schon leer. Kann gleich in den gelben Sack. Und wir probieren jetzt. Sein Frühstück, ehrlich gesagt, ey. Ja, eigentlich war das davor gedacht, dass ich morgen vor dem Praktikum und im Praktikum was zu essen habe. Aber wir wollen es jetzt doch nicht ganz ungetastet lassen, gell? Ja, ich habe mit mir die Querkopf gesagt, nein. Das wollen wir ja auch ein bisschen. Ne, ist eigentlich echt eine coole Idee. Also du musst morgen vorher richtig früh los. Da hat man irgendwie keinen Bock, so unbedingt sich ein nices Frühstück suchen wie das her. Also wir haben hier einmal. Das sieht halt so gut aus, oder? Triple Cheese hieß der. Also, ja, ich sehe ja auch nur Käse, Käse, Käse. Erstmal hier ein Käse-Bagel-Brötchen. Wie lecker. Und dann ist quasi noch Käse-Scheibe mit dabei. Frichkäse, Salat, Tomate ist das glaube ich noch. Kannst ja mal hier öffnen. Oh ne, ist das... Au. Na ja, ich habe... Das... Ich werde es jetzt nicht öffnen mit dabei lassen. Das ist Salat, Gurke, Avocado, Tomate... Nein, nein, nein. Freunde... Schaut her. Ja. Ja. Nochmal. Salat, Tomate, Gurke, Avocado und auch irgendeine Art Frischkäse. Ja. Deine hat sie jetzt sogar... Ich glaube deinen... Fühle ich mehr. Und nein, es gab keine Snickers-Torte für mich. Nein, es gab keinen Schukorkuchen. Es gab gar nichts. Ich habe sie wirklich mit diesen Augen angeschaut. Und ich sagte, oh meine Bock ist so gut. Aber sie hat nein gesagt. Wahrscheinlich kann ich dieses Mal auch noch verkaufen oder so. Wahrscheinlich. Ich war wirklich so dran, weil ich dachte mir so, okay... Das jetzt zu kaufen, dann... Dann cheaten wir irgendwie für Too Good To Go. Nee, nee. Aber... Muss ich mir trotzdem merken, ich will diese Snickers-Torte probieren. Das sah so gut aus. Ja, probier es mal jetzt. Ja. Ach ja. Ich liebe ja eh Bagels. Bagels sind so lecker. Ja. Wir haben ja leider noch keinen Toaster. Mhm. Deswegen... Wir brauchen einen Toaster. Ich glaube ich finde... Aber die Avocado hatte schon bessere Zeit. Die ist schon so dunkelgrün. Naja. Ich glaube ich finde ja jetzt... So wird doch das besser. Ja? Dann klingt das besser. Hallo ihr Lieben. Tag 2 des Too Good To Go Diaries. Heute habe ich den Animal entscheiden lassen, wo wir heute unsere Reste retten werden. Ich freue mich da sehr drauf, denn du hast die coolsten Spots, die man nur erwischen kann. Ich bin so happy. Freut mich. Willst du mal gerade erzähle was? Äh ja. Einmal... Starbucks. Und das andere ist Thai Wok. Noch besser oder? Wirklich nie. Deftiges. Und Süßes. Das ist doch wirklich die perfekte Kombi. Ich bin so krank. Kriegt man auch Getränke bei Starbucks? Ich bin confused. Ich glaube nicht. Ich habe eher nur Essen Geld. Weil die bleiben ja nicht übrig so. Ja. Eigentlich nicht. Ja. Umso besser. Ich habe eher... Freund, stellt euch vor, wenn da irgendwie eine Zimtschnecke ist. Eine Zuschauer hat mir jetzt letztens unter mal ein Video geschrieben, dass sie mega die Rabatte gemacht hat mit Chugga Chugga bei Starbucks und diesen Cheesecake Muffin bekommen hat für günstig Geld. Und ich glaube noch ein paar andere nice Sachen. Also... Das ist jetzt 4 Euro für Sachen im Wert von 13 Euro. Oder irgendwie sowas. Also nicht mal ein Stückchen. Ich kann mir nichts schöneres vorstellen, Freunde. Günstiges Essen und gutes Essen. Naja, wir gehen jetzt los. Und bevor wir losgehen, Freunde, wir wollen ja nicht wie die Hottentotten aus dem Haus gehen. Ich wollte euch noch meinen Schmuck zeigen. Ich war unfassbar happy, als mir Happiness Boutique geschrieben hat, ob ich mir nicht ein paar Schmuckstöcke aussuchen möchte. Und da habe ich natürlich nicht nein gesagt, Freunde. Wirklich. Also ist beides Goldschmuck. Einmal so eine Art Joker. Und dann... Was ist das eigentlich? So ein... Weiß ich nicht. Aber es sieht voll fancy aus. So eine Art Kristall-Anhänger. Habe ich mir beides bestellt. Ich kann euch sehr, sehr gerne mal den Shop sowieso, aber auch den Link zu meinen beiden Ketten in der Infobox mal verlinken. Ich fände sie wirklich... Also... Die sind schon schön. Und falls ihr da bestellen wollt, sehr, sehr gerne, habe ich auch einen Code bekommen. Mein Code ist einfach SOPHIEALICE. Genau, ihr bekommt 10%, wenn ihr ab einem Einkaufswert von 29€ einkauft. 10% auf euren Schmuck ansetzen lassen. Und genau, dann kriegt ihr noch ein bisschen günstiger. Aber ich finde auch wirklich, die Preise sind dafür völlig gerechtfertigt. Dafür, dass es 9,25 Silber ist. Überlebt auch hoffentlich jede Dusche, Schwimmbad, Schweiß, vor allem bei mir. Und genau, das dazu. Also, ich bin happy. Ein Monat ist der Gültig der Code, muss ich noch sagen. Hast du ja jetzt für mich. Genau, ein Monat. Ab heute. Also, falls ihr mal vorbeischauen wollt, macht es gerne. Wenn nicht, dann schade. Ja, ich bin sehr happy mit dem Schmuck. Wir gehen jetzt los. Zum Starbucks. Ich brauche mich so. Da seid ihr ja. Ich habe euch einfach zu Hause vergessen. Ist mir dann aufgefallen. Ich wollte euch eigentlich wieder so cool mitnehmen in die Läden. Aber das war auch nix, ne? Tja. Morgen denke ich wieder dran. Jedenfalls hatten wir super coole Ausbeute. Wir waren einmal bei Thai Rock. Wie hieß das? Yes. Genau. Da haben wir auch das erste Mal tatsächlich ein Getränk dazu bekommen. Und es ist so lecker. Ich trinke es viel zu selten, aber es ist richtig, richtig lecker. Ich mag es eigentlich auch. Ich trinke es nett. Da hast du was auf was. Sieht gut aus, ja. Probiert mal Mango Lassi. Lassi? Lassi? Ach, keine Ahnung. Wenn ihr das noch nie probiert habt, müsst ihr es machen. Ist echt mega lecker. Ich würde es jetzt machen. Du wirst es jetzt machen. Dann eine mega coole Sache. Da habe ich mich vorhin am Bahnhof gefreut wie einer Verrückte. Der hat halt wirklich rumgeschrien. Der hat wirklich rumgeschrien, nicht? Aber ich habe mich richtig reingefreut. Und zwar habe ich da vorhin nicht richtig reingeschaut. Wir haben einfach einen Glasnudelsalat, der Veggie ist. Das hat mich halt mega gefreut. Ich liebe Glasnudelsalat. Dann kommen wir zu einer Sache, die halt ein bisschen blöd ist, wenn man Veggie isst. Ne? Ja, ist halt echt bei Too Good To Go. Ich fällt halt schon, glaube ich, ziemlich viel weg, wenn man vegetarisch isst. Weil man sie irgendwie nicht aussuchen kann. Und dann ist, glaube ich, häufiger mal Fleisch dabei. Ja. Aber dadurch, dass es ja eh weggeworfen werden würde, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir uns jetzt das Fleisch rauspacken und wegwerfen. Weil dann haben wir wenigstens den Rest noch für uns. Ja. Ich hatte nämlich vorhin zum Angelegen, es wäre so kacke, wenn Fleisch da ist. Weil irgendwie schmeißen wir es ja dann weg. Aber wie du ja sagst, wir hätten sie eh weggeschmissen. Also so. Das ist jetzt die zweite Ausbeute von Thayvok. Und zwar haben wir da einfach so eine Reisbox bekommen. Richtig geil. Ich sehe schon eine Kirchennüsse. Wow. Mhm. Ist auch schon, glaube ich, mit Sojasauce richtig voll gesogen. Und da ist halt verschiedenes Gemüse drin. Und hier seht ihr diese großen Hühnchenstücke. Die machen wir uns jetzt halt einfach gleich zur Seite. Aber es riecht mega, mega lecker. Also wenn ihr das riechen könntet. Crazy. Das ist schon mal richtig geil. Das teilen wir uns. Und hier hinten seht ihr ja schon. Haben wir noch was. Let's have it. Mhm. 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 Oh, geil. Mhm. Das ist richtig gut. Oh, ich kann dir schon sagen, heute ist definitiv der schönste Tag, glaube ich. Ich bin gespannt, was morgen kommt. Was es übertreffen soll. Wir haben gar nicht erzählt. Mhm. Taibok hat gekostet. Was? Also, das ist alles drei zusammen. 4,50. Hallo. Kann man nicht sagen. So ein riesengladener Salat. Mangolassi. Eine China-Box. Wir haben schon gesagt, die China-Box kostet ja gar nicht schon 4,50. Haben wir einen guten Lied gemacht, ne? Schmeckt richtig fruchtig, der Salat. Das ist so eine Art Limettendressing. Mit ein bisschen, ich kann es nicht beschreiben können, aber es schmeckt lecker. Aber es schmeckt richtig lecker. Und? Ist gewöhnungsbedürftig. Es schmeckt zu süßlich. Mhm. Es ist fruchtig. Nein, es schmeckt nicht. Es gibt ja jetzt. Weiß ich nicht. Ist okay. Das ist keine Ahnung. Aber gewöhnungsbedürftig ist auf jeden Fall. Ich glaube, es schmeckt schon. Ist es. Es schmeckt schon nicht schlecht. Gib den noch ein zweites Mal. Das nächste Mal wirst du es auch lieben. Man muss ja einfach mit dir trinken. Naja. Ich möchte es nicht. Echt? Eine wangehefte Portion. Mhm. Es ist zu wenig aus. Wahrscheinlich, dass da so viele Nuni drin sind. Richtig cool. Das war schon so eine vollgefertigte Box. Und die waren alle so groß. Richtig cool. Mhm. Und der Mangolassi. Lassi. Schmeckt auch mega geil. You have to try. So gut. Mhm. Vor allem, wenn man diese Milch-Joghurt-Kränke mag und es ist. Mhm. Geht. Also, ich finde das Abendessen definitiv besser. Als gestern. Gestern war schon gut. Das nächste. Oh. Da haben wir noch eine Sonnenbrille. Ist eine große Tüte, aber nicht mehr so viel drin. Ja. Ich habe hier noch eine Story gemacht. Der war wirklich raffnet voll. Und zum Glück haben wir noch mal am Main. Wir sind noch ein bisschen da entlang gespaziert. Wie ich gesagt, gucken wir mal rein. Weil das war schon quasi fertiggestellt. Wir durften uns diesmal nicht aussuchen. Und zum Glück haben wir es gemacht. Ja, da waren es drei Sachen mit Fleisch. Einmal so ein Panini mit Hackfleisch. Mhm. Einmal so ein Brötchen mit Kopfschinken. Und einmal eine Brezel mit Schinken und Käse. Ja. Die haben wir dann jetzt jeweils Obdachlosen gegeben. Die haben sich sehr gefreut. Ja. Das war schön zu sehen. Immerhin. Das war wirklich gut. Weil wir hätten da jetzt eh keinen Bock drauf gehabt. Und es sah jetzt auch nicht eh nicht so geil aus, dass ich da jetzt gesagt hätte, ich mach das runter und mach mir einen eigenen Käse drauf. So sah das jetzt auch nicht aus. Von daher können wir denen der Freude machen und haben trotzdem noch leckere Sachen. Ja. Und zwar endlich. Ich war ja gestern so traurig, dass wir bei Coffee Fellows nichts Süßes bekommen haben. Und heute sieht es anders aus. Einmal haben wir einen Cookie. Da hab ich mich so gefreut, wirklich. Nicht so über den Glasflugsalat, aber auch sehr gefreut. Der ist einfach fucking rot. Ich würd mir den eigentlich so... Weiß ich gar nicht, dass das... Das war jetzt Schokolade, oder? Oh, das erinnert mich an irgendeinen Weihnachtsduft. Wenn man über den Weihnachtsmarkt geht und in so einen Gewürzeladen geht, so riecht das. Jedenfalls ist es halt cool, weil ich würd mir den jetzt nicht holen. Ich hätte mir wahrscheinlich wieder den langweiligen normalen Cookie geholt. Und so kann man auch mal neue Dinger ausprobieren. Great. Und dann das wohl größte Highlight. Oh, der sieht ja lecker aus. Der sieht richtig gut aus, gell? Schaut euch das an. Der hat noch diesen geilen Teig. Ja, das sieht so gut aus. Das ist so dieser klassische American Cheesecake. Da mit Erdbeeren oben drauf. Was gibt's schon aus dem Matchstoff voll hier? Hör mal, das war hier gar nicht geplant. Mmh. Mmh. Auch lecker. Ich finde diese lecker und Käse kommen wir hier, glaube ich. Echt? Mhm. Mmh. Ich hatte schon bessere Kekse. Oh. 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 Das kann nicht sein. Was ist das denn? Von sowas wäre fast weggeschmissen worden. Oh. 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 Eine... Eine Sache hat nicht mal einen Euro gekostet. Hört, hört. Und eigentlich kostet das schon so ein Kuchenstück. Drei Euro. Allein so ein paar Milikosten für keine Euro sind. Es ist krass. Also auch jetzt so, auch wenn wir jetzt drei Sachen weggeben, hat sich es uns trotzdem gelohnt. Sehr, sehr cool. Ich glaube es nicht, Freunde. Schaut, wo wir sind. Wir sehen wirklich aus wie ein Sitcom. Ja, ein bisschen. Großes Big Bang TV-Infos. Ja, stimmt. Aber ich habe mir jetzt... Heute sind wir ein bisschen mehr, wie ihr seht. Wir haben ein paar Gesellen hier mit dabei. Wollt ihr euch noch ein bisschen vorstellen? Ich bin der Fabi. Hallo, ich bin der Tom. Jedenfalls, er ist heute die vierte Runde Too Good To Go. Und wir haben wieder ordentlich zugelang, Freunde. Können wir sagen, wir fangen mal an, was wir uns alle jetzt geholt haben. Beim Bäcker. Wie hieß es, Schatz? Backberg. Backberg. Genau, da dupfen wir uns irgendwie im Wert von... 10,50 Euro. Und ich glaube, wir haben ein bisschen überzogen. Ja, er hat mir nicht so drauf geachtet. Ich habe einmal mir so ein Tomaten-Mozzarella-Bagget halt geholt. Veggie, also sehr, sehr cool. So, okay. Wow. Oh, er hat richtig merkwürdig. Ich habe einmal genau das gehört. Wow. Okay. Okay, und ihr da hinten... Ein richtig gutes, krustiges Käsebrötchen. Länger, der hat geschmeift, der wiss. Und vor allem konnte ich die beiden hier, Fabian, schon richtig begeistern. Arne, auch für Too Good To Go. Gell? Ich habe es bei uns auch zu holen. Also, es ist echt günstig. Obwohl man es eigentlich im kleinen Preis halten sollte, gell? Idealerweise. Dann ist kaum mehr Konkurrenz. Ach so, ja. Das schmeckt halt auch sauer gut. Gell? Ich finde auch. Schmeckt auch nicht trocken. Also, wurde das bisher einfach mal weggeworfen? Ich gehe davon aus. Ja, ich glaube auch. Vor allem, dass die Leute, die halt eben in der Hand stehen und nicht die App haben, mehr dafür zahlen. Das ist schon ein mega merkwürdiges Konzept. Das haben wir auch gesagt. Heute auch wieder. Bestimmt, es gab nämlich noch so eins. Ich hatte es irgendwie mal gekauft für den Normalpreis. Richtig krass. So, hier sitzen alle schon ready für das nächste Essen. Wir haben jetzt erstmal die Bäcker-Sachen aufgegessen. Und jetzt kommen wir zum schönsten Teil. Ich freue mich so. Es ist auch so überteuert, aber so gut. Wir haben einfach bei denen David-Sachen geholt. Oh, ich war so happy. Einmal haben wir hier eine Bowl. Da regen sich jetzt Fabian und Arne wieder drüber auf. Ich rege mich nicht drüber auf. Es ist eine Schüssel. Es ist einfach Salat. Es ist so gut einfach. Ja, jedenfalls ist das so ein Salat mit Tomate, Ei. Ja, halt einfach ein Salat mit Dressing. Könnt ihr schon mal. She's so cute, oder? Ich gucke. Oh, looking cute. Und da haben wir hier noch so ein Veggie-Wrap. Wir konnten uns die Sachen zum Glück heute bei Dina und David aussuchen, sodass wir nicht mehr diesen Fleisch-Fell haben. Und da ist, glaube ich, sowas wie Bulgursalat drin und halt Gemüsesalat, sowas halt. Gurke. Ich glaube, das wird mega lecker. Kann ich da einfach reinweisen, Jungs? Ja, klar. Du kannst erst mal reinweisen. Geil. Probiert ihr jetzt mal. Wie ist es? Das Dressing ist nice, aber sonst ist halt so ein Salat. Ja. Das meine ich halt deswegen. Dina und David machen wir auch nicht so oft, weil es ist halt... Ja, diese Pauls sind schon geil. Rap ist auch frei. Ja, Arne, wie teuer. 4,50 Euro im Bett von 13 Euro. Es ist halt so günstig. Für Dina und David. Schaut umgeben. Ja, aber auch so viel, für 4,50 Euro so Rap und Salat. Das ist mega, mega gut. In der Rap kostet schon so viel. Also, wir sind alle maßlos begeistert. Würde der Salat normal so 6 Euro kosten? Ja. Mehr. Da würde ich mir aber schon verarscht vorkommen. Das tun wir auch. Das ist mein Highlight. Das schmeckt besser als die Brötchen. Das ist mein Brötchen mal richtig gut. Ja, das war heftig. Die Brötchen waren sauer. Die waren auch lecker, aber irgendwie finde ich sie in der Welt. Aber freut mich, wenn es euch so schmeckt. Sie ist ja mal gut gekocht, Schatz. So, ihr Lieben. Es gibt noch eine Runde. Dann seid ihr uns los. Wir haben ja jetzt verschiedene Obstsorten, das habe ich vergessen zu filmen, mitgenommen. Und zwar ist es so, als ob ich nicht jedem Hauptbahnhof. Also, immer am Frankfurter Hauptbahnhof kannst du quasi dann an so einem Obststand vorbeigehen. Dann kriegst du es, glaube ich, für einen Euro normalerweise. Eine Wassermelonenbox oder halt so ein verschiedenes Obst-Gedön. Ja, wir haben fünf Boxen und die eine von Tom ist schon halb leer, weil die Sophie nicht abwarten konnte. Was hat das Paket 3,50 Euro gekostet, gell? Kann sein. Für fünf Obstboxen. Sophie, du hast hier ein bisschen Essen. Habe ich da Essen? Oh, du, das sehen die eigentlich immer. Aber gut, dass es mir saugt. Jedenfalls machen wir jetzt alle mal auf und haut rein. Das ist halt richtig gut. Da habe ich mir auch mega gut. Alles gut gemixt. Was sollt ihr? Ja, was ihr wollt. Ich kann auch mal erst mal fertig essen. Was ist das? Das ist der beste, die du. Ja? Okay, Leute, ich glaube, die ist doch schön gut. Und ich hatte ja noch nicht mehr. Oh, no. Okay. Oh, nein. Echt? Ja. Das machen wir nicht ins Video, oder? Sorry. Doch. Das ist natürlich wack. Aber süß. Du bist jetzt ein Wacker für die Leute. Ich überleg wieder mal beim Schneiden. Aber schon, jetzt ohne die Traube schon, der Gläuze, oh man. Ist doch alles gut. Die haben sich auch am meisten, die Jungs, aufs Obst gefreut. Können das glauben? Ich war richtig schock. Oh, man ist geil. Rap und das Brötchen war schon auch echt heftig gut. Aber ich fand das Obst am besten. Nee. Ich glaube, ja, Obst und die denn, David. Ja, eigentlich. Und das Brötchen. Das war echt, Brötchen war echt gut. Vielleicht hättet ihr auch bessere. Vielleicht waren die irgendwie Püffel gehabt. Nein. Aber das war auch richtig. Aber das ist richtig bekräglich. Das schmeckt auch so. Also ich zumindest esse halt richtig gerne so Obst als Snack. Ich weiß nicht, wie es euch da auch geht. Wacht ihr immer so Cola-Kinder oder so Schokoladen-Kinder? Schokoladen. Süßigkeiten. Du fisch nicht schritten, Leute. Was für ein Gefühl trinken? Cola. Cola und so. Ach so. Deine Haut- und deine Bauchverleihung ist jetzt. Mein Gäste. Stimmt, ich habe wirklich Akne vom Feinsten. Ja. Da ist es oder? Ich bin der 1,20. Ist das normal? Ist das normal, oder? Ich habe da so viel zu mir drin ist. Oh nein, warte. Ich bin echt nicht geboxed, aber von Kondin meinte, es ist nicht normal. Alles gut. Es ist wirklich nicht normal. Es schmeckt halt gut, aber das ist nicht schlimm. Nicht, dass ich jetzt hier nachher... Oh Gott, der kriegt hier noch die Kille. Du kriegst unser Klo. Nein. Oh Mann. Wir können aber nicht tauschen. Dann nehmen wir noch ein bisschen vom Ahnen. Wie ist das eigentlich mit der Policy? Kannst du dir dann die ganzen Sachen einfach nehmen? Und wenn du dann für dich schlecht wirst oder so, kannst du niemanden verklagen oder so? Herr Unleit? Nein. Das ist wahrscheinlich in den AGBs, dass Lebensmittelvergiftung zum Spiel dazu gehört. Okay. Wir haben vergessen, in der ganzen Runde Tschüss zu sagen, sind wir gerade aufgefahren. Wir haben dann einfach weiter gegessen, zusammen mit Quatsch, es ist für mich auch alles leer geworden. Das waren übrigens seine Freunde, habt ihr auch mal kennengelernt. Sehr, sehr liebe Burschen, kann ich euch sagen. Die sind echt mega sympathisch. Ja. Haben wir auf jeden Fall alles leer bekommen. War echt mega cool, günstig und wir haben alle satt bekommen, oder? Ja, natürlich. Ja. Und ich würde sagen, ich sag jetzt auch Tschüss, heute ist der dritte und letzte Tag. Aber es wird noch neue Betreide kommen bestimmt. Ja, just let me know, wenn ihr wollt. Also wir machen es so oder so weiterhin privat, weil es einfach nur ja günstig ist. Man muss irgendwie auch abends nichts zubereiten und es schmeckt lecker und man rettet Lebensmittel. Also von daher, it's a win-win. Ja, von daher, wir haben es gemocht. Gell? Si. Ja. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag, haben wir es dann? Ja. Und eine schöne kommende Woche. Mit viel Sonnenschein, guter Laune und viel Gesundheit. So. Was? Das klingt wie so eine Geburtstags-Karte, aber es ist wirklich so. Macht's gut ihr Lieben, fühlt euch gedrückt und dann sehen wir uns bald wieder, hoffe ich. Tschüss. 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 Tschüss.